Du bist ja offensichtlich auf der Suche nach einer Lösung, weil dein Hund eventuell sowas wie Jagdverhalten zeigt, mal Sachen hinterher rennt und solche Geschichten. Das wird in der heutigen Zeit ja gerne dann mit Anti-Jagd-Training bezeichnet, also gewisse Übungen, die man dann macht und so weiter. Ich sehe die ganze Sache ein klein wenig kritisch und möchte dir meine Einstellung und meine Meinung dazu in diesem Video mal mitteilen. Geht gleich los! Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute an einem besonders schönen Tag. Ja, es regnet wie die Seuche, es ist echt kalt, unangenehm, keine Ahnung. So, aber ist ja egal, wir haben ja wenigstens ein Dach über dem Kopf, positiv denken hilft immer. Ja, die Sache mit dem Anti-Jagd-Training, ich habe eine ganze Zeit lang wahrscheinlich so wie die allermeisten Hundebesitzer gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, weil ich kam ja eh irgendwie aus der anderen Ecke mit meinen Jagdhunden und habe mir gedacht, also da muss ich mal was zu sagen, weil da gibt es eine ganze Menge, wo man also wirklich auf das falsche Pferd setzt, wenn man meint, man müsste ganz viel Anti-Jagd-Training machen, weil nur, dass du ungefähr weißt, wohin die Reise jetzt dann geht, das würde ja bedeuten, dass, also wenn man mit einem Familienhund Anti-Jagd-Training macht, dass man mit einem Jagdhund nur Jagd-Training macht. Und das, da hört es sich dann schon irgendwie komisch an. Das andere macht ja, wenn man das nur mal hört, eventuell sogar ein bisschen Sinn machen, aber da gibt es ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Ja, in der heutigen Zeit ist es ja wirklich auch ziemlich einfach, man fragt Google, wenn man irgendwie was wissen möchte. Wenn ich mich so zurückerinnere, wenn ich was damals irgendwas wissen wollte über Hunde, dann musste ich Bücher lesen. Da gab es ja noch nicht mal irgendwie was anzugucken. Das ging dann irgendwann, ging es dann mal los mit Videos, VHS-Kassetten, die man da kaufen konnte und so, die waren, auch die waren mehr schlecht als recht oder so, aber heutzutage Online-Kurse ohne Ende, ja, selbsternannte Profis, die einem da erzählen, Anti-Jagd-Training und Anti-Jagd-Training hier und Anti-Jagd-Training da. Ja, die Hundebesitzer heutzutage kommen einfach auf viel mehr Ideen, was man alles mit dem Hund anstellen könnte, weil sie auf Ideen gebracht werden. So ähnlich sehe ich das übrigens, jetzt lasse ich gleich die Katze aus dem Sack, mit dem Anti-Jagd-Training an sich, weil es bedeutet ja auch nichts anderes, als dass man dem Hund zeigt, wie toll das eigentlich ist zu jagen. Wenn man jetzt da zum Beispiel selbst bei prominenten Hundetrainern, die man im Fernsehen dann bewundern kann, wenn man da sieht, dass es da Ideen gibt, dass man einen Terrier wie blöd hinter einem Spielzeug an einer Reizangel hinterherballern lässt, bis er nicht mehr kann und das dann so Anti-Jagd-Training nennt, dann kommt mir da schon so ein klein wenig die Galle hoch, weil die Leute meinen, sie hätten denen jetzt da praktisch so eine Jagdersatzhandlung gewährt und deswegen würde er dann das eigentliche Jagen sein lassen. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Viele Hunde werden heutzutage wirklich erst auf die Idee gebracht, dass es geil ist, irgendwie was hinterher zu rennen und sei es nur das Spielzeug am Band. Das ist für den Hund nämlich eigentlich ziemlich gleich. Auch wird heutzutage sehr schnell auf einen vehementen Jagdtrieb getippt, wenn der Hund hinter wehenden Blättern hinterher rennt oder Vögel verfolgt bis zum Horizont oder sonst wie was. Das hat mit Jagdtrieb eigentlich wirklich recht wenig zu tun, sondern einfach nur mit einem völlig überdrehten Hund. Oder eben sehr junge Hunde, die machen das auch noch, so wie kleine Kinder im Blätterhaufen spielen oder so. Erwachsene machen das eher selten. Ja genau, also dass sich ein junger Hund tatsächlich wirklich mehr bewegt und auch Sachen ausprobiert, darum geht es nämlich eigentlich, das stimmt. Das ist auch ganz normal, da ist nichts Verwerfliches bei. Ist eigentlich auch Sinn der Sache, das ist das, was bei allen Raubtier-Jungwild passiert. Also sagen wir mal jetzt, bleiben wir ein bisschen bei den Hunden, also wenn wir mal zum Wolf gucken oder so, wird ein junger Wolf nicht immer alles das machen, was ihm die Eltern erzählen. Nein, er wird sich sehr viel abgucken, was die Eltern machen, ganz klar. Aber er wird seine Erfahrungen machen. Er wird vielleicht zum Beispiel lernen, dass er halt doch nicht so gut schwimmen kann wie eine Ente und wird nicht mehr versuchen, eine Ente im Wasser zu fangen, weil es sich nicht lohnt, weil man danach hungriger ist, als bevor man angefangen hat, das Viech zu jagen. Ein Wolf wird ausprobieren, ob er einen Hasen bekommt. Er wird lernen, wenn der Hase gesund ist, also fit ist und gesund ist, braucht er es gar nicht zu versuchen, weil er wird ihn nicht bekommen. So, unseren Hunden sieht die Sachlage natürlich anders aus. Das sind ja einfach mal, kann man so sagen, Hobbyjäger. Eigentlich so gut wie jeder Hund wird einem Reiz, der sich jetzt entfernt, gerade etwas, was wegläuft, hinterherlaufen. Zumindest ein kleines Stück. Und dann eben, natürlich auch je nach Rasse und auch ein bisschen nach Charakter und nach Alter ist auch immer noch eine wichtige Sache, eben dann irgendwann das mit dem Hinterherrennen abbrechen und wieder zurückkommen. Das wäre das Beste. Wenn einer dann genetisch natürlich so ein bisschen vorgeprägt ist, wird es ihm vielleicht so viel Kick geben, dass er sich auf die Suche machen wird. Nach dieser so wunderbar erfüllenden, super freudigen, glückselig machenden Tat, nämlich hinter irgendwie was hinterher zu rennen. So, spätestens da ist dann der kleine Teufelskreis schon so ein bisschen geschaffen. Bei den Besitzern stellt sich dann auch so ein klein wenig Panik ein, wenn man nur das Wort Reh oder Hase sagt. Dann kriegen die schon gleich Schnappatmung, weil Hilfe, Hilfe. Lustigerweise, weil im Moment ist jetzt ja Setz- und Brutzeit, also normal, ja, eigentlich in allen Bundesländern ist das jetzt der Fall schon und das zieht sich auch hin, wo man den Hund eigentlich wirklich gar nicht ohne Leine laufen lassen darf. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass die Leute mehr Panik haben, wenn sie Reh oder Hase sehen, weil dem Hund auf einer Herze irgendwas passieren könnte und denken gar nicht, wie das jetzt fürs Wild ist. Das ist immer ganz lustig. Aber egal, was man da so denkt, Panik hilft einem da nicht weiter. So, und was auch oft passiert ist, dass man sich so selbsterfüllende Prophezeiungen setzt, die sich dann halt auch eben selbsterfüllen. Das haben selbsterfüllende Prophezeiungen so an sich. Wenn man jetzt also hergeht, ohne mit dem Hund praktisch irgendwie was zu unternehmen und dann sagt, ja, guck dir das an, jetzt ist soweit, heute ist der Tag der Tage, jetzt hat er seinen ersten Hasen gejagt, oh mein Gott, wie soll das werden, wie soll das werden, Hilfe, Hilfe. Wenn es dann völlig aus dem Ruder läuft, dann wird man zusehen, dass man dann Anti-Jagd-Training macht. Was immer auch was damit zu tun hat, dass man ihm wieder einen gewissen Reiz dann aussetzt. Weil man möchte ja lernen, dass er, man möchte nicht lernen, ihn zu stoppen. Und jetzt kommen wir tatsächlich auf das, was mir jetzt so wichtig ist. Sondern man möchte eigentlich, dass man ihm ein nettes, kleines, unblutiges Spielchen möglichst noch im Wohnzimmer bieten kann, damit der Hund sagt, nee, heute habe ich genug gejagt, Hasi, kann es weiterrennen. Aber so funktioniert das nicht. So, die ganze Definition von Anti-Jagd-Training ist schon, ist komplett für den Moors. Also die kann man sich wirklich sparen, weil das ist so absolut sinnbefreit. Das sage ich jetzt wirklich einfach mal so frei raus. Ich erkläre auch warum. Also ich will nicht sagen, dass du dann sagst, so, ja, wie Steffi hat gesagt, das ist Schwachsinn. Sondern du sollst es verstehen. Das ist jetzt ja immer mein Ansatz bei allen meinen Videos. Und da werde ich mir jetzt auch alle Mühe geben. Es ist so, wenn ein Hund genetisch schon eben, natürlich, also irgendwie vielleicht sogar wirklich zu gewissen Jagdhunderassen zählt, wobei es da auch, also das könnte jetzt wieder so ein 5-Stunden-Video werden, wobei es da auch natürlich ganz viele unterschiedliche Arten von Jagdhunden gibt. Aber alles, was eben dafür da ist, schnell zu laufen und so weiter, also flott und Spuren hinterher zu gehen und so weiter, da muss man einfach schon von ausgehen, gut, der wird wahrscheinlich eher irgendwas hinterher rennen, wie meinetwegen so ein Bernardiner oder so ein Mops. Und auch da gibt es Ausnahmen, das weiß ich auch. Ich habe auch schon beim Chihuahua zugeguckt, der aber mit Folster im Brust hinter einem Reh hergelaufen ist. Und das Reh konntest gar nicht fassen, dass er jetzt gerade von so einer weißen Langhaarratte verfolgt wird oder so. Ernst genommen hat das nicht. Der Hund hat es aber ernst genommen. So, du kannst halt einen Trieb, den der Hund hat, sei es jetzt nun für dieses Video passt es halt nur für diesen Jagdtrieb, für den sogenannten, aber denk auch an was anderes, meinetwegen, dass ein Hund den Trieb hat, auf das Gebäude aufzupassen, auf seine Besitzer aufzupassen, zu beschützen und so weiter. Auch das ist ein Trieb, den hat dieser Hund. Den kannst du nicht wegkriegen oder es geht nicht über Ersatzhandlungen, dass er den dann nicht mehr hat, sondern ganz im Gegenteil, er wird den dann eher mehr entwickeln. Bei dem Anti-Jagd-Training würde ich immer sagen, eigentlich muss man ein Jagd-Training machen, weil das wissen viele nicht, was das überhaupt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Leute, wenn die jetzt an Jagdhunde denken, dass die meinen, dass ein Jäger, beziehungsweise Jagdhunde, Halter, Ausbilder, wie auch immer man das jetzt bezeichnen soll, den ganzen Tag nichts anderes macht, wie den Hund irgendwas jagen zu lassen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Bei den Jagdhunden wird, wenn es gut gemacht wird natürlich, nur dann, wird darauf Wert gelegt, dass der Hund sich bremsen lässt. Den Jagdtrieb darf er nicht verlieren, weil sonst wäre für seinen Job nicht mehr geeignet, sondern man lernt, der Hund muss lernen, dass er seinen Trieb kontrollieren kann. Und das geht nur über die Einwirkung des Ausbilders, des Besitzers. Und da wären wir eigentlich normal. Musst du, wenn du einen Familienhund vom Jagen abhalten möchtest, musst du Jagdtraining machen, so blöd, wie sich das anhört. Das bedeutet nämlich, dass der Hund unbedingt lernen muss, reizend zu widerstehen, sie nur anzugucken, ohne hinterher zu rennen. Das hat immer auch was mit einem Stoppkommando zu tun. Das hat grundsätzlich etwas natürlich damit zu tun, dass der Hund sich von mir etwas sagen lässt und dass ich den Ball eher flach halte vom Energielevel. Also, dass der Hund, dass ich gar nicht vorhabe, dass der Hund so, juhu, ins heftige Hetzen oder irgendwie sowas kommt, weil da gibt es nichts, was für den Hund toller ist, als etwas zu jagen. Es ist so. Und das muss man erstmal verstehen. Und wenn man das verstanden hat, wenn man merkt, ich kann das nicht wegkriegen, aber ich kann dem Hund beibringen, dass er sich auch mal beherrscht, dann wird es reeller. Ein Beispiel möchte ich nennen, dann wird es dir wahrscheinlich wirklich auch dann noch klarer werden, was mir jetzt gerade so wichtig ist bei diesem Thema. Schlagwort Reizangel. Reizangel ist eine super Geschichte, ist wirklich eine super Geschichte, wenn man sie dann so einsetzt, dass es auch Sinn macht. Bei vielen ist es, so wie ich, was ich in der Einleitung gesagt habe, so, man lässt den Hund da wie blöd dann hinterher und meint, man hätte dann eben seinen Jagdtrieb so ausgelutscht oder so, dass er jetzt dann sagt, nee, danke, das reicht. Nein, wenn man eine Reizangel, das heißt ja schon, das ist ja schon im Wort mit drin, Reiz, da wird ein Reiz dem Hund präsentiert, so benutzt, dass der Hund eher lernt, dem Reiz nicht hinterher zu gehen, dann macht die Sache Sinn. Wenn er das kann, dann kann ich mit ihm auch üben, dass er während er das Ding hetzt und das ist das Tolle mit der Reizangel, dass ich dann von ihm verlange, dass er die Hetze jetzt stoppt, dass ich jetzt zu ihm sagen kann, Sitz zum Beispiel. Vielleicht auch herrufen, abrufen. Aber so weit kommen die allermeisten Leute dann nicht. Die meinen nur, ich lasse ihn hinterherjagen und dann ist er glücklich und zufrieden und brauche jetzt dann erstmal zwei Tage keinen anderen Hasen. Das ist eben nicht der Fall, sondern er trainiert das sogar, dieses Beutefangverhalten. So, also ist mein Vorgehen, wie ich eine Reizangel einsetze bei jungen Hunden gerne so, dass ich dem ein Kommando sage, meinetwegen Sitz oder Platz und dieses Kommando soll er auch einhalten. Obwohl jemand mit dem, meinetwegen Lieblingsspielzeug oder was auch immer, da kannst du ja alles dran knoten, da rumwackelt und er muss lernen, dass er dem nicht, dass er diesem, seinen Trieb jetzt dann in der Situation nicht nachgibt. Was ich auch gerne mache, in Gruppenstunden auch, dass ich die Leute gehen lasse mit ihrem Hund an der Leine und ich gebe dann so einen Reiz. Ich kicke vielleicht auch mal einen Ball weg oder irgendwie sowas, weil ich möchte, dass der Hund trotzdem mit seinem Besitzer mitgeht, egal was da jetzt gerade ist. Das ist, das ist kein Anti-Jagd-Training, das ist Jagd-Training, dass du wirklich weißt, worauf es mir jetzt ankommt. Es, wie gesagt, du schaffst es nicht, dem Hund so viel jagen zu lassen, dass er das nicht mehr machen möchte, sondern du bringst ihn sogar auf Ideen. Und deswegen ist immer mein Rat, weil das in der Hundeerziehung eigentlich immer, das ist nie von Nachteil, niemals von Nachteil. Wenn du ihn gar nicht auf so dolle Ideen bringst, sondern vielleicht jetzt, ich sage das Schlagwort auch gerne noch dazu, Satz und Brutzeit, die Situation eben für dich nutzt, dass du sagst, gut, ich muss ihn, vom Gesetz her ist es vorgeschrieben und ich gehe einfach mal davon aus, dass du ein vernünftiger, mitfühlender Mensch bist, dass du sagst, mein Hund muss jetzt an der Leine sein. Tja, machen wir jetzt das Beste draus. Das ist keine Strafe, sondern ich nutze das für mein Training mit dem Hund, weil Ablenkungen, Reize, gerade wild, die sind im Moment dabei, sich mindestens zu verdoppeln, eher zu verfünffachen, weil es gibt jetzt schon die ersten Junghasen, mit Rehkitzen wird es auch bald losgehen. Perfekt, wenn da eine Schleppleine dran ist an deinem Hund, bist du vorbereitet. Ablenkungen haben immer die blöde Eigenschaft, genau dann zu erscheinen, wenn man nicht drauf vorbereitet ist. Mit einer Leine am Hund bist du immer drauf vorbereitet und musst nicht nervös werden, sondern kannst im besten Fall dem jungen Hund, der jetzt wirklich noch von nix eine Ahnung hat, sofort zeigen, was du dir so vorstellst. Wenn da ein Reh wegläuft oder ein Hase läuft weg, dass du nicht erst so, oh mein Gott, wie soll das alles werden, sondern du sagst zu deinem Pfiffi einfach nur, sitz oder komm her, was du halt sagen möchtest, aber du sagst etwas. Und da wirst du dich wundern, wenn der Hund das so erlebt, der weiß ja gar nicht, wie schön das ist, hinter irgendwas her zu jagen, dann wird er das auch sehr wahrscheinlich viel weniger tun oder überhaupt sich da einen richtigen Ansatz drin sehen, wenn er jetzt als älterer Hund dann wieder diesem Reiz begegnet, als ein Hund, der jetzt ständig da im Garten blöd gemacht wird durch irgendwelche, ach so tollen Anti-Jagd- oder Jagdersatzhandlungen oder irgendwie sowas. Du musst mehr dran denken, deinen Hund ruhig und gelassen gegen Ablenkung zu machen, weil den Trieb kriegst du nicht gelöscht. Das geht nicht, dafür ist es ein Trieb, das kommt von innen. Aus Bauch kommt das, kannst du nichts gegen tun, wir auch nicht übrigens. Und dann macht die Sache wieder Sinn. Also alles andere, was man jetzt für teilweise wirklich unverschämtes Geld da kaufen kann und so, ja, also das meiste, was ich so gesehen habe, war jetzt eigentlich nicht so, dass ich sage, dass da auch nur irgendein sittlicher Nährwert bei rumkommt. Es wird den Leuten suggeriert, dein Hund wird jagen und du musst ihm etwas anderes bieten, damit er dann zufrieden ist. Das ist völliger Quatsch. Wenn du halt nun mal keinen Jagdhund, also für dich haben möchtest, weil, ich sage es jetzt nochmal dazu, du kannst auch mit einem Schäferhund zur Jagd gehen. Ein Schäferhund mit Sicherheit oder ein Mali oder was weiß ich, die sind auch in der Lage, ein verletztes Tier zu finden. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der wird es vielleicht sogar besser machen wie so manche Jagdhunde, weil er sagt, oh, das riecht ja spannend. Aber gut, das ist jetzt eher nebensächlich, wollt bloß mal immer wieder einen reinstreuen. Also wirklich eher den Hund dumm halten, ihn nicht auf Ideen bringen, lieber üben, dass er lernt, reizend zu widerstehen. Weil das ist etwas, das brauchen Jagdhunde noch viel mehr wie ein normaler Familienhund. Also Sinn dieses Videos ist wirklich, verabschiede dich von dem Gedanken, Anti-Jagd-Training machen zu müssen. Du müsstest eigentlich, egal was du für einen Familienhund hast, mit ihm Jagdtraining machen. Was nämlich übersetzt nichts anderes bedeutet, als dass du ihn unter Kontrolle hast. Ihn und seinen Trieb. Die beiden Sachen, denen bringst du bei, dass sie bei dir bleiben. Und wenn du das früh genug anfängst, dann wird das auch klappen. Weil da habe ich auch, da könnte ich genug Beispiele nennen, wo die Leute selbst Jagdhunderassen besitzen, haben das aber von Anfang an wirklich geschickt, gelenkt und geleitet, dass der Hund gar nicht erst feststellt, wie toll das ist, hinter irgendwie was hinterher zu rennen. Und die sind immer viel besser gefahren, aber mal viel besser. Das wollte ich heute mal loswerden. Also, lass dir das durch den Kopf gehen, dann kommst du schon drauf. Viel Spaß beim Jagdtraining. Alles Gute, deine Steffi. Hast du noch ein Problem mit der Leinführigkeit? Das ist ja gut, ist so ein Hauptding. Dann habe ich da was für dich vorbereitet. Ich habe ein Video aufgenommen, da findest du den Link entweder in der Videobeschreibung oder auch im Bild direkt. Klick da mal drauf und schaust dir das mal an und bin mir sicher, dass dir das helfen könnte. Bis zum nächsten Mal.